Happy Birthday, Balfang Duman. Happy Birthday, Amit Kurma. Happy Birthday, Subankra Pramanik. Happy Birthday, Shah Raja. Happy Birthday, Tinkesh Yatav. Happy Birthday, Van Vah. Und ich spiele auch immer wieder Free Fire Max in BR Wingate. Viel Spaß. Los geht es, bisschen laut. Los geht es. Dann springen wir mal hier ab. Wo geht es hin? Richtung Insel, da ist es blau. Markierung weg. Hm. 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 Oh. Oh. Rockierung weg. Hm. Ohh. Ok. Mal. Oh, nee. Dasione. No, nicht. Ja. No, jetzt ist es ebenso away, ich will es vergessen. Was habe ich hier? Oh, super! Mange Schrotflinte. Okay, jetzt habe ich schon ein Gewehr und da ist die Dreier-Trasche drin. Warte, habe ich das vergessen? Gut, dann machen wir hier erstmal F-Reihe, G36. Ich werde natürlich gleich noch ändern, wir brauchen ein Scharfschützengewehr. Okay. Ok, da hinten läuft keiner lang. Wo ist denn der? Hm, weg ist er. Hey, guys. Mal schnell hier rein. Dome ist auch immer normal. Level 3 meistens, immer kann man nicht sagen. Aber diesmal nicht. Da ist Level 3. Hui. Jetzt kommen wir uns die Level 3 Liste. Danach haben wir uns Rüstung aufwerten. Das Aufbesserungsset. Ok. Ok, jetzt habe ich alles Level 3. Das ist schon mal sehr gut. Oh, der ist auch schön. Und hier haben wir schon. Aufrüsten. Jawoll. Das ist der Level 4 jetzt. Gut, dann würde ich mal sagen, wir springen hier weg. Schnell. Hui. Ah. Schade. Ich dachte, ich treffe das Fenster. sonst mache ich die qualités. Ich schade dich. Ich schade dich. Ich versuche das Fenster. Aufrüsten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich muss ja hier wieder weg. Mensch. Was hatte der noch? Okay. Oh, da liefen es heute. Wartet auf mich. Ah, ein Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Ich brauche Pilze. Okay. Was wollte ich drücken? Die Taste laufen. Er kam da nicht runter. Computer hatte immer Angst, auf runter zu springen. Ah, Mensch. Ich habe mich erzogen. Und da, jetzt. Okay. Resteau. Sprich doch. Das gibt es eine Führer. Ich war im Hintern geschossen. Nein! Was ist doch los heute mit mir? Die Maus, die klackte mal. Oh, ich muss auf. Die Maus, die springte mal hin und her. Da muss ich mich hin und her bewegen, damit ich besser zielen kann. So, da. Da rennen wir mal gegen. Da ist sie was. Das war's für heute. 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 Fliegen wir in der Mitte hin. In der letzten Zeit... Warte mal, wo ist denn blau? Da hinten. Springen wir da hin. So weit komme ich zwar nicht, aber auf dem Weg dahin. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Wer schreibt denn hier eine Nachricht? Ah, ich muss jetzt eine gleichlose Arbeit. Letzte Runde und dann bin ich weg. Ich denke nicht. 300 Meter auch da ist, da ist glaube ich ein Schlüssel, habe ich gesehen. Hier ist gerade auf die Lila geleuchtet. Oder ich habe mich verschaut. Oh, darf ich in den Bus fahren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Okay. Wir sind da. Super. Super. Und das Einzelne, was da ist und was ich brauche zumindest. Ich probiere mal was aus. Ich habe noch nie die Greifpistole gehabt. Was passiert, wenn ich mit der Greifpistole auf Menschen schieße? Hätte ich zu denen hingezogen oder ziehe ich die zu mich hin? Zu mich. Lass wir erstmal noch hier stehen. Ich hätte gern noch ein Scharfschützengewehr. Ich hätte gern noch ein Scharfschützengewehr. Da. Kamera 1. F. Und zack. Und nachladen. Und weiter geht's. Ich muss wieder verläufen. Anfangen. Alles durch. Suchen. Ach passt schon. Da oben auf dem Schiff. Das ist ein Helm Level 3. Großes Mini Pack. Upsa. Und da ist ein Schlüssel. Nachuldade. Und da ist ein Schlüssel. Da. Ah. Da ist ein Schlüssel. Oh. Das ist eine Schlüssel. Gut, dann kann ich jetzt sagen, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Dann werde ich gleich so ein Gebäude hinrennen. Meine Rüstung aufwerten und dann geht es los. Kommt der da nicht hoch. Ich dachte, der klettert da irgendwie hoch. Okay. War hier das Teil, ne? Oder da? Aufwerten. Und los geht's. Da ist mein Fahrzeug schon. Da ist mit Fahrzeug zu fahren. Ich habe immer schlechte Erfahrungen damit. Selten, dass ich gute Erfahrungen habe. Aber ich muss jetzt ein bisschen mit Fahrzeug fahren. Ach, das schaffe ich auch so. Das ist schon da vorne. Passt schon. ? Nein. K досcheid. K. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Oh. Okay. 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 Ach, Mensch. Zwei Siege. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich muss jetzt auch los. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aber nicht, weil ihr seid da. Viel Spaß. Und... Auf Wiedersehen.